Ich hab's! Ja! Vicky und die starken Männer. Das magische Schwert. Mit der Stimme von Julius Weckauf. Vicky ist ein kleiner Junge, der aber halt wirklich ein Wikinger sein will. Vicky ist sehr abenteuerlich. Vicky hat super Ideen. Okay, das machen wir nochmal neu. Ich rede viel zu viel. Okay, machen wir das nochmal. Vicky träumt von Abenteuern auf stürmischer See und von furchteinflößenden Piraten. Ein Wikinger gibt niemals auf! Kannst du durch ein kleines bisschen aufgeregter sein? Paps, ich glaub, ich weiß, was du damit machen musst. Tatsächlich? Dann mal raus damit. Jetzt haben wir Take 634. Och, Mann. Juhu! Wikinger-mäßig! Ich würde mich sehr freuen, euch alle im Kino zu sehen. Vicky und die starken Männer. Das magische Schwert im Kino. Und das ist es, wie wir in der Lage kommen. ASE